Du hast keinen Bock mehr auf ewiges Gesterbe, möchtest direkt zu Beginn absolut OP sein und die Bosse einfach nur zerstören, dann bist du hier goldrichtig. Ich zeige dir, wie du genau so wie im Video von Beginn an abgehen kannst. Bleib gespannt. Sales Reflected, willkommen zum zweiten Elden Ring Video für 2024. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corfeius, bei mir geht es immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Und heute zeige ich euch, wie ihr von Beginn an schon extrem stark seid und so die Bosse zerstören könnt. Das Ganze geht in 45 Minuten, wir müssen ein paar Sachen farmen, meistens muss man nur irgendwo hinreiten, etwas holen. Das kann wirklich jeder nachmachen und dann habt ihr wirklich keine Schwierigkeiten, kommt am Anfang super easy durch und habt maximalen Spielspaß. In den nächsten Tagen kommen übrigens noch mehr Videos raus zu den besten Waffen, Talismanne, was man nicht falsch machen sollte, wo Fehler fatal sind. Wer das nicht verpassen möchte, kann gerne mit einem Abo dabei bleiben. Und wer es sich am Anfang noch ein bisschen schwer tut, der sollte sich unbedingt mein Video von gestern anschauen, den ultimativen Anfängerguide. Da erkläre ich euch alles Wichtige, was ihr am Anfang wissen müsst. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefällt und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich beginne von ganz von vorne mit der Startklasse und fange dann eben an zu farmen, die ersten 45 Minuten im Spiel. Falls ihr die ersten Sachen schon erledigt habt, könnt ihr natürlich auch vorspulen. Ich beginne mit der besten Klasse für den Start, das ist der Samurai. Ihr könnt aber auch jede andere Klasse spielen. Wenn ihr jetzt schon einen Charakter erstellt habt, ein bisschen gespielt habt, könnt ihr auch mit dem weiterzocken, gar kein Problem. Wenn ihr aber jetzt eh neu seid oder vielleicht auch neu starten möchtet, weil ihr noch nicht weit seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall den Samurai. Und als zweites, ihr solltet die goldene Saat mitnehmen, dann habt ihr direkt zu Beginn einen Trank mehr. Tja, wenn ihr aus der allerersten Höhle rauskommt, sollte euch hier dieser Anblick bekannt vorkommen. Von hier starte ich jetzt. Als allererstes hole ich das Reittier, weil das extrem wichtig ist, um eben schnell an andere Orte zu kommen, wo wir eben hin müssen. Falls ihr das Reittier habt, könnt ihr natürlich vorspulen. Aber wie vorher erwähnt, braucht man eben eine Stunde von Beginn an, um eben so stark zu werden, wie ich es euch vorher gezeigt habe. Und ich starte jetzt einfach an dieser Stelle. Alle Zeitstempel sind natürlich mit dabei. Ich habe jetzt hier mit dem NPC gesprochen, hüpfe hier runter und laufe Richtung kaputte Kirche. Ihr seht, oben ist die Ruine. Zur Info, ich empfehle euch immer, sämtliche NPCs anzusprechen am Anfang. Denn wenn ihr irgendwo vorbeilauft, kann es später sein, dass sie nicht mehr da sind. Eventuell könnt ihr euch etwas verbauen, deswegen immer ansprechen. Und ihr seht jetzt, ich bin jetzt hier gleich bei der Kirche. Dort aktiviert ihr die Gnade in der Mitte und die brauchen wir später als Schnellreise. Habt ihr die Gnade aktiviert, dann müssen wir als nächstes etwas weiter nach oben. Ihr seht es jetzt hier bei mir. Und zwar müssen wir hier an diese Position. Dort ist nämlich so ein kleiner Obelisk und dort bekommen wir die allererste Karte, dass man eben das Gebiet zieht. Und in der Nähe gibt es auch das Pferd. Hier warten jetzt richtig viele Gegner auf euch. Ihr schnappt euch einfach nur die Karte in der Mitte. Ignoriert die Gegner vollkommen egal. Ihr könnt sie natürlich jetzt auch killen oder abhängen. Ich laufe einfach zur nächsten Gnade. Ganz wichtig, aktiviert die Gnade und bleibt einfach nebendran stehen. Die Gegner werden euch töten. Geht meiner Meinung nach einfach schneller als das andere zu machen. Ihr habt sowieso keine Runen. Seht ihr unten rechts, bei mir sind sie auch noch null. Und von dem her einfach sterben und danach an die Gnade hinsetzen. Hier bekommt ihr jetzt euer Reittier. Es taucht eine Dame auf, mit der sprecht ihr einfach. Nehmt das Geschenk an. Das ist nämlich das Reittier. Wenn ihr mit ihr fertig gesprochen habt, dann geht am besten noch auf Flaschen. Wenn ihr das gleiche wie ich gewählt habt. Ihr habt nämlich eine goldene Saat am Anfang und könnt sie auch gleich aktivieren. So habt ihr einen Heiltrank zu Beginn gleich mehr. Danach geht ihr von der Gnade einfach weg, ins Menü rein, auf die Ausrüstung, geht weiter nach unten und rüstet dann eben das Spektralross aus. Auf einen Platz, dann könnt ihr es über Schnellrad ausbrühen, also dann könnt ihr es über Schnellrad auswählen und kommt dann eben so deutlich schneller zu den Orten, wo wir gleich hin müssen. Bevor wir aber losreiten, müssen wir uns jetzt erstmal eine Glocke holen. Mit der können wir später verschiedene Begleiter beschwören, die uns im Kampf unterstützen. Und dazu muss man einfach nochmal zurück zu dieser kaputten Kirche. Die Schnellreise habe ich ja gerade mit euch freigeschaltet. Wenn ihr dort dann angekommen seid, ist eben hier ein weiterer NPC. Mit der Dame sprecht ihr dann einfach und die gibt euch dann eben diese Glocke. Gleichzeitig auch noch Wölfe. Auch die Wölfe könnt ihr dann direkt ausrüsten und in gewissen Fights könnt ihr sie eben rufen und sie unterstützen euch im Kampf. Ich werde sie aber gleich noch gegen einen besseren Begleiter austauschen. Das werdet ihr gleich sehen. Als nächstes reist ihr dann wieder zurück, wo ihr gerade hergekommen seid, wo ihr das Spektralross bekommen habt. Denn wir holen uns jetzt die beste Waffe zu Beginn. Die ist einfach extrem stark, macht Blutung und die Gegner sind eben sehr schnell tot. Ihr müsst hier an diese Position hin. Schaut, dass ihr hier euch auch noch einen Marker setzt, denn ihr könnt die Schlucht nicht runterfallen. Die ist zu hoch, dann seid ihr tot. Ihr müsst so einen kleinen Umweg laufen. Schaut, dass ihr auf dem Weg die Gnade mitnimmt. Einfach aktivieren und dann weiter reiten. Solltet ihr eben sterben, dann könnt ihr hier wieder spawnen. Und der Weg ist kürzer. Denn wo wir jetzt hingehen, dort wartet eben ein Gegner auf euch. Wie gesagt, ist diese Stelle, wo ich auch gerade markiert habe. Und hier laufen wir jetzt einfach hin. Und hier startet jetzt eine Invasion. Es kommt ein roter Gegner auf euch zu. Ist ebenfalls ein NPC. Und den müsst ihr besiegen. Und der hat diesen extrem starken Dolch. Und ihr müsst eben schauen, dass er ihn besiegt. Ihr seht auch, wie ich das Ganze mache. Hab ihn zwar verfehlt. Gar kein Problem. Ich weiche jetzt hier einfach die ganze Zeit aus. Denn hier kommt gleich ein helfender NPC. Und ich laufe schon in seine Richtung. Und der spawnt jetzt hier gleich. Und zu zweit ist es deutlich einfacher, den roten eben auszuschalten. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Ich habe ihn auch beim allerersten Mal direkt hinbekommen. Bei diesen roten Angriffen müsst ihr auf jeden Fall safe ausweichen. Denn die verursachen eben Blutung. Das macht ordentlich Schaden. Ich habe jetzt auch Leben abgezogen bekommen. Aber zu zweit, wenn ihr jetzt nicht die ganze Zeit einfach nur draufkloppt. Sondern ein bisschen strategisch vorgeht. Dann solltet ihr das eigentlich sehr gut zusammen mit dem anderen NPC hinbekommen. Und wenn ihr ihn besiegt, dann bekommt ihr eben die beste Starterwaffe. Meiner Meinung nach der Reduvia-Dolch. Zur Info, solltet ihr bei diesem Kampf sterben. Spawnt ihr bei dieser Gnade in der Nähe. Müsst eben erneut wieder hinreiten und ihn das nächste Mal versuchen, bis ihr ihn geschafft habt. Da. Je nach Klasse könnt ihr eventuell den Dolch schon ausrüsten. Ich kann es noch nicht. Deswegen zeige ich euch jetzt einerseits, wie ihr an Runen rankommt. Die liegen einfach oben. Damit könnt ihr nach oben leveln. Müsst keinen Gegner töten. Und ich zeige euch auch einen besonderen Gegenstand, wo man 30% mehr Runen bekommt. Und das brauchen wir für später unbedingt. Und dafür müssen wir jetzt erstmal an diese Stelle. Dort gibt es nämlich die nächste Karte, dass wir wissen, wo wir hinreiten. Dafür müsst ihr wieder aus diesem Fluss raus und über die Brücke drüber. Holt euch an der Position die Karte. Passt auf jeden Fall auf. Hier sind ein paar Bären unterwegs. Die können euch sehr schnell töten. Einfach dann vorbei reiten. Geht dann auf die Karte, wenn es wieder sicher ist. Macht euch einen Marker hier an diese Position. Und dann reitet ihr einfach hin. Dort sind ein paar Gräber. Lootet die ganzen Runen, die dort rumliegen. Die landen dann im Inventar. Später können wir sie aktivieren. Und die brauchen wir eben für skillen. Weiter unten befinden sich sogar noch ein paar mehr Gräber. Genau an dieser Stelle einfach runter reiten. Und jetzt ist es wichtig, so auf halbem Weg muss man nochmal anhalten. Ich bin jetzt hier an dieser Position kurz vor den zweiten Gräbern. Und wenn ihr hier seid, seht ihr auf der rechten Seite drei Gegner. Die tötet ihn einfach. Ich habe übrigens den Dolch jetzt hier schon ausgerüstet gehabt, weil ich das Ganze vergessen habe. Ich zeige es euch hier natürlich. Ihr nehmt den Fuß hier auf. Das ist ein sehr wichtiger Gegenstand. Rüstet den auch am besten schon aus. Den müssen wir später aktivieren. Denn wir holen uns 70.000 Runen, dass wir am Anfang schon ein paar Level aufsteigen können und stärker sind. Und wenn ihr diesen Fuß eben noch einnimmt, gibt es on top nochmal 30% mehr. Danach geht es dann einfach weiter runter zu diesen Runen. Sammelt alle ein. Als nächstes werten wir die Waffe jetzt direkt auf die Stufe 4 auf. Das macht einen riesigen Unterschied. Dadurch macht ihr einfach massiven Schaden an den Bossen. Gleichzeitig bekommt ihr nochmal eine goldene Saat, einen Trank mehr. Und wir rüsten auch gleich den Dolch aus. Dafür reißt ihr jetzt hier an diese Gnade hin. Da haben wir auch vorher das Reitier bekommen, das Ross. Und ihr markiert euch einfach einen Tick weiter drüber diese Location. Dort ist dann auch nochmal eine Gnade. Und in der Nähe auch eine goldene Saat. Jetzt ist ganz wichtig, ihr hüpft einfach auf das Reitier drauf und reitet durch die ganzen Gegner durch. Ignoriert sie einfach. Wir werden jetzt hier schon ein Stück über... So, wir werden jetzt hier schon ein Stück in die Open World reinreiten. Sogar ins zweite und dritte Gebiet. Um eben bestimmte Sachen zu holen. Wie zum Beispiel eben die Waffe abzugraden. Oder auch zum Beispiel 70.000 Runen zu holen. Und später reißt ihr dann einfach wieder zu dieser Gnade zurück. Und könnt dann alles ganz normal spielen. Aber ihr seid schon extrem OP. Hier habt ihr jetzt gerade die goldene Saat gesehen. Und jetzt aktivieren wir als nächstes nochmal eine Gnade. Dort setzt ihr euch dann einfach hin. Einerseits um eben die Flasche nochmal aufzufüllen. Dann habt ihr nochmal eine Flaschenladung mehr. Und ihr könnt dann auch ins Inventar gehen. So viele Runen aktivieren. Bis ihr eben genügend Punkte habt. Um 13 Punkte in Arcan zu skillen. Um eben den Reduvia-Dolch auszurüsten. Von hier aus steht euch jetzt ein sehr langer Ritt bevor. Ihr müsst als allererstes zu dieser Position. Markiert sie euch. Und hier könnt ihr euch am Boss im Schloss vorbeischleichen. Es gibt so einen Außenbereich wo man einfach vorbei kann. Und den ersten Boss überspringen. Mega coole Sache. Markiert euch diese Position. Denn dort ist die nächste Gnade. Ihr seht ich befinde mich jetzt dort. Und als nächstes müssen wir jetzt zum nächsten Obelisk. Um die Karte freizuschalten. Dass wir auch sehen wo wir hin müssen. Wirklich immer durch die ganzen Gegner durchreiten. Nehmt die Gnaden mit. Die auf dem Weg sich befinden. Holt euch die Karte. Leider sind dort ein paar Gegner. Ihr könnt nicht direkt auf die Karte gehen. Und schauen wo es als nächstes hingeht. Einfach weiterreiten. Bis ihr auf die Karte gucken könnt. Ihr seht wo ich mich befinde. Hier unten war die andere Gnade. Bin hier komplett durchgeritten. Und hier ist der nächste Obelisk. Für die dritte Karte. Es ist die vierte Karte mittlerweile. Und daneben ist auch nochmal gleich eine Gnade. Die holt ihr euch einfach. Bevor wir uns jetzt die vier Steine holen. Um die Waffe zu verbessern. Sind auf dem Weg nochmal zwei Gräber. Wo man auch nochmal mehr Runen abstauben kann. Und zwar ist die erste Position hier. Einfach markieren. Und dann etwas weiter drüben noch die zweite. Bei beiden werdet ihr auf jeden Fall Gegner antreffen. Die sind aber nicht schlimm. Einfach auf dem Pferd bleiben. Durchreiten. Und euch die Runen holen. Schaut aber dass ihr bei dem ersten Grab euch nicht vom Gift anstecken lasst. Sonst kann es sein, dass eure Tränke nicht reichen. Und ihr geht drauf. Dann müsst ihr auf jeden Fall auch zwischendrin gucken. Ob ihr eine Gnade aktivieren könnt. Ansonsten müsst ihr dann eben alles nochmal neu reiten. Von der letzten Gnade. Falls ihr drauf geht. Wenn ihr bei den zweiten Gräbern wart. Reitet einfach weiter nach oben. Wo ich mich befinde. Dort ist die nächste Gnade. Und auch eben diese Obelisk. Wo ihr diese Karte rausholen könnt. Dann seht ihr auch das obere Gebiet aufgedeckt. Ist nicht weit entfernt. Ihr seht wo bei mir der Marker ist. An der Stelle haben wir es jetzt fast geschafft. Wir sind sehr dicht an den Steinen dran. Nur noch hier die letzte Markierung. Wir müssen hier durch ein Gebiet durchreiten. Dort sind auch ein paar Gegner. Könnt ihr auch wirklich komplett ignorieren. Und wenn ihr hinten bei einer Wand ankommt. Müsst ihr einfach draufschlagen. Dann geht die Wand weg. Ist so eine Illusion. Und dahinter befindet sich direkt eine Gnade. Aktivieren und hinsetzen. Hier seid ihr jetzt auch schon an der Waffenaufwertung. Sprecht einfach hier mit diesem NPC. Und dort könnt ihr einerseits die Dunkelschmiedesteine kaufen. Die man zur Aufwertung benötigt. Alle vier Stück. Bis auf die Stufe 4 nach oben. Und unten drunter könnt ihr die Waffe dann gleich verbessern. Wenn ihr diese Steine nicht kaufen möchtet. Euch ein paar Runen sparen. Dann zeige ich euch jetzt noch. Wie ihr in der Nähe alle vier bekommt. Ich beginne mit dem Stein Nummer 4. Denn der ist einfach am nächsten. Ihr seht hier den Marker. Dort einfach hinreiten. Und schnappt euch den Stein. Der Dunkelschmiedestein Nummer 3. Befindet sich nur einen kleinen Tick weiter unten. Hier ist der Marker. Einfach hinreiten. Und euch den Stein holen. Der Dunkelschmiedestein Nummer 2. Ist einen Tick weiter unten. Ich habe da auch so eine Gnade aktiviert gehabt. Bin dort per Schnellreise hin. Und dann einfach rüber reiten. Den Stein holen. Besondere übrigens hier. Der Stein ist bei so einem Käfer. Also ihr müsst diesen Käfer töten. Und dann kommt der Stein raus. Falls ihr den Käfer nicht schnell genug gekillt bekommt. Dann sport er weg. Und ihr müsst dann eben nochmal mit der Gnade erneut hinreisen. Der Dunkelschmiedestein Nummer 1. Befindet sich hier an dieser Position. Einfach auch dort hinreiten. An der Stelle ist sogar eine Krabbe. Müsst ihr aufpassen. Einfach bei reiten. Den Stein schnappen. Und weiter geht's. Geht zum Schmied. Gradet die Waffe auf die Stufe 4 ab. Ihr seid jetzt schon extrem stark. Das ist aber noch nicht alles. Ich zeige euch jetzt wie ihr die besten Begleiter bekommt. Geht richtig schnell. Und gleichzeitig noch 70.000 beziehungsweise 90.000 Runen mit Leichtigkeit. Ohne was Großes zu machen. Dann könnt ihr euch skillen. Und danach seid ihr so stark wie im Video vorher. Für die besten Begleiter reist ihr hier einfach zu dieser Gnade. Und müsst ihr komplett den Weg entlang zu der hier. Und hier gibt es einen Boss, den wir töten müssen. Und wenn ihr den Dolch auf die Stufe 4 abgegradet habt. Ihr habt ihn in beiden Händen ausgerüstet. Also Y und RB oder Dreieck und R1. Drückt und dann einfach mit der LT-Taste oder mit der L2-Taste aus der Entfernung schön den Gegner abschießen. Und dann ist er in Sekunden tot. Als Belohnung bekommt ihr dann die Asche der Skelett-Miliz. Und das ist meiner Meinung nach besser als die Wölfe. Denn wenn sie drauf gehen, dann werden sie wieder geboren. Und ihr müsst sie nicht erneut rufen. An der Stelle holen wir uns jetzt die 90.000 Runen, dass ihr euch schön nach oben leveln könnt. Dafür müssen wir ins rote Gebiet. Einfach hier einen Marker hinsetzen und rüber reiten. An der Position befindet sich nämlich eine Gnade. Die habe ich aktiviert. Und von dort geht es dann weiter zum nächsten Obelisken, um sich die Karte zu holen. Damit man das Gebiet auch sieht. Schnappt euch die Karte an der Position und dann haltet euch rechts. Einfach zu diesem Baum rüber reiten. Ich zeige es euch auch gleich noch auf der Karte, wo ich mich am Schluss befinde. Hier müsst ihr dann vorsichtig runter springen. Ich habe das leider falsch gemacht. Ihr könnt aber diesen Baum drunter gleiten. Dann bekommt ihr keinen Fallschaden ab. Ist aber jetzt auch nichts passiert. Ihr reitet jetzt einfach zu dieser Mauer. Die glüht rot. Und da müsst ihr einfach komplett entlang reiten. Haltet euch erst auf der rechten Seite, dass euch der eine Drache nicht bemerkt. Und einfach komplett durchreiten auf die andere Seite und aktiviert die Gnade. Ihr seht jetzt hier auf der Karte, wo ich mich befinde. Ich habe es euch aber extra mit dem Weg gezeigt, dass sie hier keine Drachen weckt und irgendwie drauf geht. Ihr seht jetzt hier den allergrößten Drachen. Der schläft. Einfach hinlaufen. Rüstet den Duvia-Dolch aus. Und dann geht ihr hier einfach zu dieser Position hin und tötet den Drachen. Wichtig jetzt an dieser Stelle. Kurz bevor der Drache einfach tot ist, aktiviert ihr diesen einen Goldfuß, den ihr bekommen habt mit den 30% extra Runen. Ihr seht auf der linken Seite im Kleinen das Leben von diesem Drachen. Und das geht langsam runter. Immer mal wieder kommt eine Blutung. Die ist prozentual vom Lebensbalken. Und manchmal nimmt es einen richtig fetten Abschnitt weg. Und nach so zwei, vielleicht drei Minuten ist der Drache tot. Und dann habt ihr 90.000 Runen. Bei mir sind es jetzt gleich 70.000, weil ich vergessen habe, diesen goldenen Fuß eben zu aktivieren. Und ja, dann waren es bei mir ein bisschen weniger. Und dann setzt ihr euch einfach schnell an die Gnade hin und levelt das nach oben, was ihr möchtet. Ich empfehle euch am Anfang auf jeden Fall ein bisschen in Leben zu skillen. Umso leichter fällt es euch natürlich. Ein bisschen was habe ich in Arcan geskillt, damit der Dolch noch stärker ist. Und zu guter Letzt ein paar Punkte in FP heißt es, glaube ich, dass die Magie ein bisschen größer wird. An der Stelle habe ich für euch noch einen kleinen Bonus. Wenn ihr an der Gnade sitzt, alle Punkte verbraucht habt, dann könnt ihr noch auf der anderen Seite hochlaufen. Dort gibt es einen extrem guten Talisman. Falls ihr noch keinen besitzt, lauft ihr einfach komplett durch das GP durch. Auf der anderen Seite die Leiter hoch. Die Gegner sind stark. Deswegen einfach ignorieren, weiterlaufen und dann gleich diesen Talisman holen. Der bufft nämlich eure Stats ein sehr gutes Stück nach oben. Selber bekommt man aber auch ein bisschen mehr Schaden ab. Aber dadurch, dass man mit dem Dolch im Fernkampf ist, ist das Ganze nicht so schlimm. Und das Ding kann ich euch nur empfehlen zu holen. Geht die Treppe nach oben, haltet euch einfach rechts, hüpft hier wieder runter. Wie gesagt, auch hier müsst ihr keinen Gegner töten. Könnt alle ignorieren. Und ja, wenn ihr das Teil dann auch geholt habt, dann habt ihr wirklich alles und seid so stark wie im Video. Das geht innerhalb von einer Stunde eben. Hier müsst ihr jetzt gleich noch rechts rüber hüpfen. Und das ist schon wirklich extrem cool, wie schnell man dann die Bosse zerstören kann. Wie leicht man am Anfang durch das Spiel einfach durchkommen kann. Ihr hüpft dann hier jetzt einfach runter, noch um die Ecke laufen. Und da ist der Talisman. Und das war es auch schon. An der Stelle müsst ihr dann auch einfach drauf gehen. Ihr spawnt an der Gnade. Und dann könnt ihr im Endeffekt an der Stelle weiter machen, wo ihr das letzte Mal aufgehört habt. Oder dann eben von ganz von vorne und genießt das Spiel und ihr seid deutlich stärker. Mehr nützliche Videos zu Elden Ring werden auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen rauskommen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega über den Daumen nach oben freuen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare rein. Wenn ich sie weiß, kann ich sie euch beantworten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.